Hi, ich bin Zoe und ich berichte euch heute aus dem Forschungszentrum aus Köln. Wir erforschen derzeit die Wirkung einer Kombinationsanwendung von Kryotherapie und einer hyperbaren Sauerstofftherapieanwendung, auch genannt HBTU. Die Kryo-Anwendung wird in einer Hochleistungskältekammer bei einer Temperatur von minus 85 Grad Celsius durchgeführt. Im direkten Anschluss findet die hyperbare Sauerstofftherapieanwendung bei 1,5 Bar Überdruck und einer Sauerstoffzufuhr von 92,5 prozentigem Sauerstoff statt. Bei dieser Anwendungsbeobachtung der Kombinationsanwendung wird die Auswirkung auf verschiedene Anwendungsgebiete aus dem Bereich New Health, Beauty Health und Sport und Performance untersucht. Unter anderem stehen die Telomere im Fokus der breit ausgelegten Forschungsarbeiten. Für weitere Informationen schaut gerne in die Beschreibung oder ruft uns unter der angegebenen Nummer an. Jederzeit stehen wir euch auch gerne persönlich zur Verfügung in unserem Forschungszentrum in Köln. Wir freuen uns auf euren Besuch.